hey ho und herzlich willkommen zu einem neuen spiel und das heißt minecraft syndicate games mit dem luca und er challenge mich gleich mal in meinen arsch ich nehme an ja ja wir sind eltern geworden es gibt vier sekunden 321 und los geht's in syndicate games geht es darum survival games zu spielen im eins gegen eins man findet die kisten auf maps die man sich vorher ausholen konnte beim challengen und man muss halt glück und skill haben um gute sachen zu bekommen also viel glück besonders weil in den kisten manchmal findet man einfach gar kein schwert oder irgendein scheiß nur was meist der fall ist und dann erstmals meistens so eine sammelfase und danach geht es erst richtig ans hämmern einschlagen der köpfe und ich würde mal sagen die enderpelle hat nicht funktioniert ja die diskriminierung warum weil die enderpelle nicht geht ja die diskriminiert ich ja okay voll die rassistische enderpelle ja müssen sie gleich mal wissen erstes woran man denkt als bestrafung der hat gerade in kaugummi geklaut was soll man mit ihm machen fischen auch wie ein kleines kind oder wie kann man die diamantschaufel machen ja 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 doch kann wirklich ja 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 und die bringt leider nicht viel ja echt im wirklichen diamanten scheiße 1 ich habe einen diamanten es gibt so ein achievement dass man ein diamantschwert verzaubern muss soll ja ja das gibt aber erst mal auch mann hier gibt es nur shit in den thronen wahrscheinlich hast du wieder die op-ste rüstung wie es gibt von dir aber weißt du das wer hat gesagt wer hat das ist das grün von deinem deine sicht machst du da wo geht es hier raus wo geht es hier raus ja das würdest du gerne ne das würdest du gerne ich weiß wo es ausgeht man ich hab nur scheiße und das nervt denn wenn dann so ein luca kommt so ein wildes luca dann macht es einmal teckel und wird tot und das ist doof auch hier ist noch was drin gewesen cool das ist ganz schön scheiße was ich hier verequipment habe kann man eigentlich mit einem level ein bogen auf infinity verzaubern ich glaube nicht oder ob man einen bogen mit einem level auf infinity verzaubern könnte ich glaube nicht das ist doof es gibt keinen fall schaden nur nur schaden wenn fuck you ich hab dich noch gesehen ich dachte aber ich komme noch in das haus rein okay das war die erste runde die erste erst kampf machen wollen wir fünf machen und wir dann drei gewonnen hat mal den timer stoppen wie ach so ne ja haben wir jetzt wie lange ist es jetzt sag mal wir machen wer drei gewonnen hat wo bist du denn hier hallo wie geht es dir mal eine andere map except kenne ich die ja oder auch in der truhe ist schon mal am start ja bei mir ja wäre ein bisschen unfair wenn sie bei mir sofort da ist und bei denen normalerweise ist ja versteckt ja weiß da nicht wo die bei den fliegenden inseln ist die zweite oder weißt wo alle sind es gibt nur zwei ich weiß weiß wo beide sind ja weiß wo alles so alle in der truhen sind ja ja wie viele sind es denn ja zwei oh fuck da ist ein zaubertisch wo ich nicht hinkomme auf faktor das behindert mich ich muss unbedingt was finden damit ich überleben kann eine schwule stimme ist in meinem gehirn die ganze zeit den namen ruft ich kann sie nicht unterdrücken und ich finde nur scheiße ich finde weizen darf ich mich vorstellen ich bin schwul ich wusste selber nicht aber jetzt ist es als später als nie oder um jetzt hat ein tumor was sagst du ich weiß wo du es war und bist sag los so ja ich habe einen fahrradhelm bekommen ich habe zwei hosen bekommen als er einen loch hat kannst du da ja genau ich habe vor so so ein motto wurde dann so löcher bekommst du den hosen immer hast du so nackten arsch oder so wie soll ich nach oben rankommen an mich probiert doch nicht ich weiß wie zack ich bin froh wer hat das denn behauptet ich sehe dich so sehr ich glaube das gibt es doch wohl nicht niemals wo bist du da hinten lol die hat nicht geklappt was soll das denn ja die hat es geklappt nein die hat nicht geklappt meine hat nicht geklappt die letzte die ich geworfen habe ich glaube schon nein nur ich vermute mal dass ich dich vorher gekillt habe nö ja ich habe ja schon noch einen danach geworfen aber die hätte noch nicht geklappt weil du mich davor gekillt hast manno gehts wann was war das denn hast du gerade auf den matt gehauen oder was wo bist denn du wo ist ja wo bist du hallo wir wollen das battle weiterführen ja ich stehe immer am gleichen punkt ah da kommt der lachs komm jetzt mach ha accept oh je was ist das denn für eine ja ja ok eine runde davon was ist das überhaupt für eine map oh es geht sofort los ok diesen oh fuck oh ich habe es sogar geschafft ich bin voller pro ne wir kommen hier uh ok das geht nicht schade was ich hier für töne abgebe damit du auch mal was gewinnst ah uuu ja ja deine mutter gewinnt auch hier eh damit du auch mal gewinnst hier was las du ja damit nicht immer nur ich gewinne oh ha das war knapp oh was war das denn i see you i see you echt ne ok mein schul ist ich versucht auf englisch zu reden ne aber es klappt nicht sehr gut achso luka setzt da englisch ein es klappt ja nicht ok ich weiß jetzt nur dass mein schul ist ich luka heißt mal gucken was ich noch so herausfinden kann neiiiin ich bin fast direkt vorm ende vor dem lila baum runter gefallen hm hm was für lila baum ich hab mir noch gar keinen lila baum ich bin noch bei süßen fluffigen wölkchen so ich glaub das ist nicht guck mal machst du oh nice ja jetzt hab ich sowieso verloren nein ach nöö was ist das für ne scheiße bist du runter gefallen ich hab's doch kein mensch ich bin tot ja da sind wieder alle schauen oh man jetzt müssen wir hier 30 jahre lang den scheiß machen ey mir fehlt nur noch einsprungen jetzt hab ich gar nichts mehr manno jetzt kommt wieder diese kacke da hinten wenn ich da hinten wieder bin verkack ich doch sowieso wieder oh das gute ist dass da kuchen drauf sind da kann man wenigstens noch drauf landen und du kannst was essen was du kannst was essen wenn du hunger hast oh ja oh volle miese jump wieso machen wir denn jetzt das ich wollte syndicate games spielen und kein jump and run ich hab mich verklickt ja auf jeden fall doch wirklich ok dann machen wir ich hab mich erst gewundert warum kaum noch äh warum andere maps da waren ja komm jetzt mach neu ich hab keinen lock auf jump and run ja aber ich hab einen jump and run super jam super jam super jam wir spielen super jam der qualmt aus dem kopf ich glaub der ist ein bisschen wütend wer hier der typ rechts von dem wo ich immer bin die brücke war zu colony wars ich glaub der ist ein bisschen wütend der ist gleich im ausrasten du bist du denn du bist meine scheuern ja wo bist du denn wo bist du denn ach da rechts hier hallo nee nee hier colony wars eh liest doch mal die schilder du honk äh fallout ms ähm was ist da äh snoo's blieb bleib bleib mal stehen syndicate game bleib mal stehen hi ha ha du weißt schon dass es noch nicht Ostern ist ne ich bin ja auch kein Osterei ja so rund wie du bist oh okay oh ich hab schon die endertror gefunden ich bin voll der meister in den syndicate games wow ja ich weiß wo beide sind ja ich auch nichts weißt du ich weiß wo eine ist doch ich weiß dass ich eine innere stimme habe die schwul ist und luke heißt oh da ist ein zaubertrisch trisch 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 da komm her ja hast du mich schon ne aber ich hab noch kein schwer ne wie soll man ey komm mal kurz zum karussell ich will dir mal zeigen was denn wie soll man die kiste da oben denn kriegen ne ich komm jetzt nicht wir treffen uns ganz kurz friedlich ok hier komm mal links von dir links von dir da was dann mal da oben wie soll man die kiste da oben bekommen wo denn oh ja ich sehe da keine hier ja dann gehe ich kurz darüber und du guckst mal von da drinnen da oben warte ich mach mal mit dem mikroos ja oh nice ich werde mal gucken wie ich da hinkomme so du Lappen ha 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 nailed it ist hier noch was drinnen so gucken was so im zirkus halligalli so abgeht äh nix die tribünen sind alle leer schein geht hier grad nix ab kein halligalli ist wohl nur ein zirkus boah hier muss doch was geben for my rose good luck tonight oh lol ich kann zaubern ne rose wurde zu nem zu nem tannenbaum tadaa ich habe grad ne rose in nem äh in nem blumen dingens da zu nem tannenbaum gemacht hä du gehst doch diese rosenteile da na klar ja und da habe ich grad drauf geschlagen und da wurde aus der rose ein tannenbaum äh wo ja wo hier in dem äh zirkus halligalli ne null lau du 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 bist ja auch ein Lappen du hast cheat codes an du 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 hast dasです okay wer diese runde gewinnt hat gewonnen wer diese runde gewinnt wer diese runde gewinnt hat gewonnen wir müssen noch auf die minuten achten hallo ich hab schon dreimal gewonnen nein man komm wir müssen noch auf die minuten achten ach man oooo ok Schade Nikolas hat verloren Er hat euch das gut Nein Warte ich mach Das war die erste Runde Syndicate Games Ich hab Hochhaus gewonnen Wir sehen uns dann beim nächsten Mal Tschüssi Tschüssi